hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen folge kratos und sein sohn besteigen dem mount everest was war das und hier passieren merkwürdige dinge also herzlich willkommen zurück bei einer neuen folge god of war wir haben ruhen gefunden mehr von diesen glatten in der nähe muss eine norntruhe sein ja geil ich wollte die andere aber dies weg okay da ist eine truhe eine glocke da ist eine glocke wo ist noch eine glocke da oben okay pass auf nice was haben wir denn da ja zur erhöhung der maximalen rage ja haben wir sehr schön nice 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 ja da aber hier unten was hast du denn hä ähm geht es hier irgendwo weiter ach da vollkommen übersehen klein moment mal ja 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 So, und da bin ich wieder. Ich hatte kurz einen wichtigen Anruf. Ja, nur wieder. Mist. Mist. Okay, das sind drei Stränge. Krass. Was? Scheiße. Boah, Alter. Boah. 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 Ja, nice. Aua, Dreck-Sack. Boah, ist der ausgewichen? So, der Nächste. Oh, Mist, ich hab doch... Oh, Mann, ey. Da Verstärkung herbeirufen kann, sollten wir ihn schneller ledigen. Sie sollten aufgrund dieser Hellerrichtung leicht zu erkennen sein. Ich frage mich, wie viele Dunkelalm es in Alfheim gibt. Puh. Hier ist was. Haben wir hier noch einen Heilstein hier rumliegen? Das wäre eigentlich ganz schick. Scheinbar nicht. Pass auf, Vater! Doppel an! Boah! Geht's noch? Boah, die lassen aber auch keine Heilsteine mehr fallen, ne? So eine Kacke. Hier ist schon wieder eine Truhe. Nicht? Ach, du heilige Scheiße. Hä? Kannst du das lesen? Jawohl! Aus der Dunkelheit beschütze das Licht. Hat nicht ganz so gut geklappt. Was? Naja, das mit dem Licht, äh, ist natürlich so eine Sache, ne? Also... Ich höre hier aber wieder was. Ah. Das höre ich. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich höre hier. Bevor die Dunkelalben alles zerstört haben, war es hier bestimmt schön. Jawoll! Die habe ich vorhin gar nicht gesehen, die Truhe. Hacksilber. Nee, Stahl, das ist gut. Heimstahl. Made im Heim. Heimstahl, der im Heim gefertigt worden ist. Kinderarbeit! Das ist ein Boot. Das ist ein Schiff. Das sieht aus wie ein Schiff. Ist das ein Nagelfahr? Boah, das wäre geil. Guck mal, da ist nämlich auch noch was. Und jetzt ist die Truhe auf. Wollen wir wetten? Ja. Oh, der Runen-Kriegsgürtel. Geil! Okay, alles klar. Wir gehen halt... Boah, wenn wir alles davon ausrüsten, ne? Boah. Ey, ich weiß... Es ist echt so schwer, ne? Es ist echt so schwer hier irgendwas... Warte mal, wir haben doch Zauber. Warte mal. So. 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 Ahaha. Das wäre echt ganz gut. Reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe von Dunkelalm. Ist, glaube ich, hier... ...gar nicht mal so schlecht. Mein Liebensenergie, ich weiß es nicht. Was. Oh nein, das ist noch ein... Ah, nein. Boah. Moin. Boah. 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 Jawohl, Nummer 1. Boah. 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 Geh hier, Vater! Geh hier, Vater! Jawohl, nice! Den müssen wir noch platt machen. Der kann doch eigentlich fliegen. Das Licht ist nahe. Such einen Weg hinein. Wir müssen viel mehr mit Atreus arbeiten, mit den Runenkräften. Ihr habt ja gesehen, was da möglich ist. Schön, nice! Als ob ich auf Metall laufe. Äh, laufe. Läufe. Ich läufe. Noch, Mare! Sehr schön. Sehr schön. Du musst noch viel lernen. Aber auch kein lobenes Wort, ne? Mensch, Kratos. Nein! Nein! Heiße. Oh, Alter! Was, ey! Oh, Alter! Oh, Alter! Was in Ordnung bei dir? Alter! Oh! 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 machen, ansonsten wäre ich drauf gegangen. War zwar ein bisschen verschwendet, aber okay. Ja und wer dankt es mir jetzt? Krieg ich vielleicht von Lichtalmen eine Belohnung? Irgendwie. Wie sieht das denn aus? Ich frage mich, was dahinter ist. Okay. Ach du Scheiße. Ich frage mich. Ach da ist noch einer. Was ist das für Zeug? Was ist das für Zeug? Was wächst denn hier so? Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Das glaube ich auch nicht. Wir laufen in der Falle. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifest? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, hab ich das verpasst? Dir war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Wasser! Uhhh! Still! Ich hab ihn! Dein Messer, Junge! Nice! Das war knapp. Bleib ganz in meiner Nähe, Junge. Das werde ich. Wieso war Kratos auf einmal so leise? Oh, das ist so klebrig. Bäh. Das sieht alles so... Anona! Noch einer! Sieht alles so organisch aus. Oh! 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 Wir sind fast am Ziel. Aber wir müssen aufpassen. Verstanden? Klar. Boah, da klettern sie überall. Guck mal, ihhh! Ihhh! Guck mal, wie die klettern! Ach du Scheiße. Guck mal, wie die da hängen! Ihhh! Da! Wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Spreng, Junge! Ja! Pass auf! Da sind sie! Bleib hinter mir! Sitz unsere Planke! Oh! Scheiße! Was ist das? Schieß weiter, Junge. Ich mache uns den Weg frei. Alter. Alter, was ist hier los? Ich mache uns den Weg frei. Junge. Bist du verletzt? Nein! Wow! Es ist wunderschön! Wie so ein Bienennest. Und das Licht ist frei, ja? Das hat wehgetan. Als würde meine Hand brennen. Bleib hier. Aber ich will... Bleib hier. Setz sie nur im Notfall ein. Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Sie ist kein Geschenk. Trotzdem! Es ist ein Gott. Was ist das? Hey! Komm her! Faye. Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Boah, ist das geil. Immer geht er fort. Nie ist er hier. Er will mich nicht und wird es nie tun. Wo sind wir? Träumen wir? Irgendwie? Unser Haus. Unser Haus. Ich kenne ihn nicht. Und er erkennt mich nicht. Er will es gar nicht. Ich bin stark. Ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Er spricht nicht mit mir. Er spricht nicht mit mir. Bringt mir nichts weit. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht du. Von da ist es. Was ist es schön? Ist das schön? Boah, ist das schön. Aber ich meine das nicht so. Ich hab ihn doch lieb. Ich wünschte, er wäre besser zu mir. Er kann es doch sein. Spricht Atreus gerade vor dem Licht? Wenn er es versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht, bitte komm zurück. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Oh nein. Oh, der Arme. Atreus, ich kann nicht anders. Meine Seele ist von Hass zerfressen. Von Wut, von Tod. Ich habe getötet. Ich habe Leuten wehgetan. Weil ich es toll fand. Doch du, doch du bist das Licht in meiner Dunkelheit. Ich kann es nur nicht so gut zeigen. Ob ich ein besserer Vater werde? Ich weiß es nicht. Das ist voll schön gemacht. Faye. Faye. Komm zurück! Nein! Nein! Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun. Du warst gefangen. Ich habe gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück. Also zog ich dich raus. Junge! Ich war nur einen Moment. Fod. Nein! Du warst sehr, sehr lange, Fod. Ich musste nicht weiter. Du hast mich verlassen. Mal wieder! Bin ich dir egal? Ich. Das ist unmöglich. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Er hat alle abgeschlachtet. Guck mal, hier sind überall Tote. Ja. Hier sind überall Tote. Der Ausgang. Aber das kein Licht für eine Brücke. Wir sitzen fest und die Bogensinne der Hexe ist nutzlos. Alter, was? Atreus hat... Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Und der hat die ganze... Oh mein Gott. Wie war das? Mit besserer Vater? Junge. Dein Bogen. Halt ihn hoch. Lichtpfeile. Sie haben Lichtpfeile erhalten. Schießen Sie auf die Lichtkristalle, um diesen Alfheim-Licht zu verleihen. Sie haben... Lichtpfeile erhalten. Schießen Sie... Auf mein Zeichen schießt du den Pfeil in den Stein. Jetzt können wir unseren Rückweg antreten. Komm. Ich habe aber eine Idee. Hier nicht. Hier komme ich bestimmt auch noch rüber. Äh... Hallo. Boah, die ganzen Leichenberge hier, ne? Die Treppe ist blockiert. Da vorne ist ein Lichtpistall. Er liegt einfach da. Vielleicht hilft er uns, diesen blöden Ort zu verlassen. Ah, dafür sind die Dinger da. Interessant. Und jetzt? Achso, da oben drüber. Eine Truhe. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Das war nur Zufall. Zersplittertes Herz von Alfheim. Ein Zauber reduziert jegliche Angriffe von Dunkelheim um 12 Prozent. Boah, warte mal. Wir müssen echt unsere Zauber ein bisschen machen hier. Die können ja flexibel sein. Äh, so. Gehen wir das einfach mal weg? So. Halt, nein. Ne, das ist schon gut so. Jetzt sind wir um 24 Prozent, ähm, 24 Prozent sicher gegenüber Dunkelheim-Angriffe. Das ist gut. Wer weiß, wie lange Atreus gewartet hat. Wer weiß, wie lange Atreus gewartet hat. So. Ups, das ist ja. Ich habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl, dass... Irgendwie... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Atreus... Dass wir es mit Atreus noch richtig hart... Noch richtig hart bekommen werden. Ich glaube, wir... Ich glaube, wir zerstreiten uns richtig hart. Okay. Scheiße. Scheiße. Das kriegen wir bestimmt von oben irgendwie. Die sind wieder hier? Warum? Hä, warum sind wir wieder hier? Ah, die zündet nicht. Mein Pfeil kann das ganze Zeug nicht durchdringen. Scheiße. Das geht doch nicht. Nee, das geht doch nicht. Nee, hä? Hä? Sehe ich gerade schon wieder irgendwas nicht? Bestimmt. Bestimmt. Bestimmt sehe ich schon wieder gerade irgendetwas nicht. Ach, ich Idiot. Was? Schon mal fliegen gehört? Na, der kleine Asch passt. Aua. Aua. Oh, welch ist er? Welch ist er vom Fenster? Okay, alles klar. Pass auf. Wieso ist er so grummig? Jetzt kann ich den Kristall zum Leuchten bringen. Machen wir uns auf den Weg zurück nach oben. Wieso ist er so grummig? Okay, er hat gerade seine Frau gehört, gesehen. Wie auch immer. Was? Nein, ist es nicht. Wuhu. Alter, nice. Wop, wop. Fliegt, mein Glöckchen. Fliegt. So. Das ist ganz gut. Verbesser Lichtpfeile mit... Ah. Lichtpfeile erhöhen Schwächungseffekt. Lichtpfeile verursachen beim Gegner mehr Betäubungsschaden. Oh, das stelle ich mir gut vor. Ist doch gar nicht so teuer. Ist doch gar nicht so teuer. Ah ne, ist schon gut so. Das? Ist das? Boah, ja, Mann. Bitte. Okay, also wir müssen viel mehr kontern. Dann machen wir die alle platt. Wir brauen unsere Axt gar nicht. Es werde Licht. Aber hier ist eine Truhe. Was? Mörder am Arsch. Autsch. Aua, sag mal. Boah, ich finde diese... Boah, ich finde diese Finisher, die finde ich so geil. Udgart-Hieb. Ein weit schwingender Angriff, der mittelschwerem Frostschaden verursacht. Oh, ist vielleicht irgendwann mal... ...von Bedeutung. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier gleich weitergehen, machen wir Ende für diese Folge. Ja, ich weiß, es ist gemein. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht, aber... Ich will es ja auch wissen. Ich will es ja auch wissen. Deshalb spiele ich auch gleich weiter. Ja, gut, okay, gut. Spaß beiseite, Schadenfreude. Karma. Auf einmal stürzt mir die ganze Aufnahme ab. Scheiße. Nein. Also, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da unten, ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Overplayed and out. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.